Jetzt kommen wir zur großen Bunk, oder was? So, wo kann ich den Charakter noch mal wechseln? Jetzt gar nicht mehr. Juhu. Eine Story, die sehr wichtig ist. Jetzt bin ich halt ein Geschenk. Das nenne ich mal ein richtiges Abenteuer und das war ja erst der Anfang. Oh Gott. Ihr müsst noch viel über die Zusammenarbeit lernen. Oh ja. Und wir können die unberuhigt nicht ewig aufhalten. Du stehst drum und ich schrei nicht an, Pastor. Als nächstes müsst ihr raus in die Wildnis. Ich hörte dort, gäbe es ein paar Aromen, die selbst die hungrigsten Mütter zufriedenstellen können. Wuff. Jetzt bin ich nicht. Aber er hat recht. Ihr müsst jetzt los. Und ich will mehr von den christlichen Teamworks sehen. Welches Teamwork? Keine Zähne zu verlieren. So Welt 2 oder was? Ich befürchte es, ja. Und ich habe die DLCs gesehen. Das sind Welt von 2000 oder so. Jetzt 2-1. Jetzt wird es wässrig. Oh nein. Floß. Let's go. Was muss gekocht werden? Äh, keine Teller, keine Pfannen, keine Töpfe? Äh, ja. Fürs Werfen. Teller, Pfannen und Töpfe können nicht geworfen werden. Ah, okay. Okay, ich bin jetzt hier drüben auf dem kleinen Floß. Ich kann schneiden. Und ich habe die Teller. Ich kann Sachen schneiden. Ich muss jetzt werfen lernen. Kennst du die Taste noch, oder? Ja. Dann wirf mal die Pommes. Ich habe Pommes. Äh, so. Ups. Ich habe die Pommes zurückgegeben. Okay. Ja, es ist so wieder. Wunderbar. Ich fritiere. Ich habe hier sowas hier. Ich finde es lustig, dass wir in die Wildnis rausgehen mussten. Und was lernen wir zu tun? Chicken, Nuggets und Tommes. Ja, natürlich. So. Jetzt habe ich Freizeit. Deine Freizeit in der Küche. Nicht bei der Senaf-Pause. Äh, ja. Ich schneide nur das, was du mir hier bringst. Das kriege ich. Das ging mir hin. So. Werfen. Ein bisschen Pommes. So. Hier. Na komm. Na komm. So. Hier. Na komm. Na komm. Das ist wie noch mehr. Oh, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Joa. Hier. Kartoffel, 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 Kartoffel. Okay, noch eine Kartoffel. Du hast gut vorgearbeitet. Ich muss jetzt eh hier die ganze Scheiße machen. Jo. Und zack. Du hast Zeug dort. Bisschen Freizeit um dir zu schauen. Joa. Und sonst so. Frittiert wird. Wird gemacht. Aber wir haben nicht mehr Zeit dafür. Äh. Ja. Wurf. Wurf Huhn. Es ging ein Stück zum Mohr Huhn. 301. Wird es reichen? Joa. Na. Für drei Sterne nicht. Aber. Wir versuchen einfach einen Stern zu kriegen. Also wir sind safe. Oh, ne. Küchen. Ist das der erste, weil mich die Kraft dann immer hier freisch halten? Witz. Ja, von Anfang an schon. Wir haben zum Beispiel eine Oma. Okay. Oder. Wo kann ich denn den Körper weg sein? Verdammt. Jetzt im Menü. Also nicht jetzt. Jetzt habe ich glaube ich dasselbe Level noch mal gestartet aus Versehen. Das sieht so aus. Können wir es abbrechen? Verlassen. Äh. Nein. Wir können nur das Spiel beenden. Sicher. Ja. Und sonst so? Okay. Dann machen wir nochmal. Let's go. So. Gut. Vielleicht hat er mir besser. Ich glaub es fast nicht, aber. Äh. Ne. Ich kann auch nicht mehr zurückwerfen, wenn du mir alles voll packst. Na komm. Na komm. Komm. Ein bisschen Nuggets. Nuggets im Anflug. Komm es. Komm es im Anflug. Na komm. Komm es. Komm es. Komm es. Hier sehe ich nichts mehr. Oh, selber. Krustier ist aufm Rand geworfen. Da komm ich nicht mehr ran. Besser als ins Wasser. Ach, die Fisch freuen sich. So, da komm. Schneiden. 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 Pommes. Okay. Pommes ins Wasser geworfen. Ach gut, freuen sich die Fische. Zack. Äh, ja. Könnt auch ins Wasser. Ne, nicht ins Wasser. Z hat abgelaufen. 304. War es jetzt besser oder schlechter? War nur drei besser. Okay, sehr schön. Aber nicht nochmal. Ne, dass ich mir das passiert, ich bin glaube ich wieder reingefahren. Wie kann ich das überhaupt einladen? Jetzt gleich im Menü. Wie komme ich ins Menü mit Escape wahrscheinlich, oder? Äh, jetzt. Ja, hier, Koch wechseln. Sehr schön. Oh, Husky. Hund. Katze. Oh, Koch mit Bulle. Oh mei. Jetzt bin ich ein Pirat, oder was? Ich hab jetzt einfach mal gestartet, während du im Menü warst. Ich bin ich ein weiblicher Pirat. Mit pinken Haaren. Cool. Äh, scheiße, was muss man machen? Äh, ich hab hier Fleisch. Das müssen wir irgendwie zubereiten. Äh, steht sogar oben, was getan werden muss. Also, ich muss Fisch braten. Ich hab hier gehabt, das Fleisch. Fisch muss gebraten werden. Fisch muss gebraten werden. Die hier müssen gekocht werden. Ich mach mal ein bisschen Fisch. Ich schneide mal hier erstmal Sachen. Das ist das Küchen. Okay, wir haben aber keine Spüle. Das heißt, Tellerproblem wird nicht da sein. Äh, Schrimps. Ich hau ab. Äh, ja, passiert. Da hat man was bei dir. Ach, alles gut. Ich wirf dir mal Sachen zu, die ich geschnitten habe. Äh, cool. Ich hab ich Nudeln. Ich hab den Schrimps gemacht, die müssen gebraten werden, und dann ist das auch fertig. Ich hab den Schrimps. Schrimps. Und wer hat eigentlich Schrimps? Ist das auch ein ganzes Moment? Äh, da brennt was. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen noch jede Menge Fleisch. Schrimps bräuchten wir auch noch. Und Nudeln. Ich brauche viel Nudeln. Nudeln habe ich hier drüben. Du hast alles drüben. Ich komme nicht immer drauf. Wir sind halt einfach Schrimps. Zum Beispiel nicht. Schrimps. Oh, Vogel. Das ist die Schwierigkeit. Der Vogel frisst manchmal ein bisschen was, was rumliegt. Das war gut. Nudeln. Nudeln. Ich kann... Du musst dich schon ausfuchen. Was ist das hier? Das hier mit... Das ist fertig. Und was? Ja, Moment, Moment. Puh. Zack. Ein bisschen Fisch. Schrimpsacken. Scheiße. Oh, Fleisch für... Das ist ja schon Fleisch für das Fleisch. Ich habe Fleisch, das kann ich hacken. So, Fleisch. Doch, ich kann dich gerade irgendwie so null konzentrieren. Ich muss mehr Fleisch holen. Fleisch schallen. Und... Es brennt was. Moment. Brauchst du noch Nudeln irgendwo für? Ich brauche den Feuerlöscher. Ich habe gebraucht das Fleisch. Äh... Haben wir den Feuerlöscher da? Ich sehe keinen. Dann... Sind wir am Arsch. Boah, ich kann mich echt so null konzentrieren gerade. Das ist super schlimm. Okay, wir haben 173 Punkte. Das wird nicht reichen. Besser wird das nicht mehr. Oh Gott. Wollen wir nochmal? Äh... Wir machen das schon über eine Stunde. Ja. Äh... Okay, wie wäre es, wenn... Wenn wir einfach nicht mehr alles reinwerfen? Okay, wir brauchen Nudeln mit Fleisch. Erste Nudeln. Ja. Erst noch mehr Nudeln. Ja, zwei Nudeln. Perfekt. Fleisch muss ganz werden, oder? Ich brauche zweimal Fleisch. Oder geschnitten, ist egal. Zack, hier. Wir machen einfach eins nach dem anderen. Wir machen erstmal hier zwei Gerichte und dann... Wir schauen uns ein Gericht an und machen das und dann das nächste. Da brennt was. Gut, doch, jetzt hast du mich da weggedrängt. Ich möchte... Hier, retten. Ich habe Fleisch. Okay, hast du Nudeln? Das... Das Nudeln. Sehr schön. Ich habe Nudeln mit Fleisch. Ja, schön. Ich muss jetzt hier erstmal... Wo ist der Müll? Ich liefere schon mal was aus. Sehr schön. Was? Eine Rezepte haben wir schon. Ich brauche Nudeln. Nudeln, ich komme gar nicht ran. Das ist halt scheiße, ne? Das ist scheiße. Ich habe Schrimps. Und Fische im Angebot. Ja, aber wir haben jetzt Schrimps über. Hier haben wir Nudeln. 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 Die Störung ist auch echt nicht geil. Ich habe nur ein paar Schrimps. Hast du Fleisch und Nudeln? Ich habe Fleisch und Nudeln, ja. Ich brauche aber noch Schrimps und Fische und so weiter. Schrimps ist hier. Fisch ist hier. Dann können wir es mal ein bisschen... Das ist immer genau auf die Herdplatte. Sorry. Hier ist ein Teller. Da kommt man. Ein Topf. Ich bringe jetzt erstmal das hier weg. Ganz mit Ruhe. Nehmen das von der Platte und das Teller. Sehr schön. Bisschen Fisch. Okay, da drüben haben wir ja... Schrimps für Schnudeln. Ich mache noch ein bisschen Fisch. Dann die betteln schon. Die brauchen... Schrimps für Schnudeln hast du. Ja, ich komme jetzt so nicht vor. Na toll. Ich habe den Teller rüber gebracht. Ich habe den Teller, ich habe den Teller so hier. Sehr schön. 214 haben wir schon. Sehr schön. Jetzt gerne Scheiße bauen. Aaaaaah! Ich habe eine brennende Pfanne. So, hier haben wir... Endlich war noch nicht fertig. Da ist was fertig. So, hier. Fisch. Ich habe einen Teller mit Fisch. Wir brauchen auch Nudeln. Ja, das ist jetzt schwierig. Äh, so weit werfen. Ich kann es versuchen. Ja, hat geklappt. Sehr schön. Da haben wir Nudeln. Das Spiel ist halt eindeutig auf mehr als zwei Leute ausgelegt. Oh, wir haben es wieder verkackt. 124. Wir sind auch nur zwei Leute in einem Vierspieler-Spiel. 124. Das reicht nicht. Nee. Willst du noch eine Runde, oder? Das Level noch einmal machen wir es noch. Bitte um den Charakter noch einmal ändern. Wenn möglich. Wir können nur das Level versuchen. Also rein dort. Wir könnten noch mal Kevin versuchen. Nee. Dann kommt runter. Charakterwechseln, Charakterwechseln. Das hast du jetzt in der Hubworld machen müssen. So, Nudeln. Nudeln, ja. Boah, wir werden das halt nicht geschissen kriegen. Nudeln. Weißt du was? Mach du einfach mal das hier. Ich mach die Schnittarbeit, okay? Nudeln. Versuch's. Nudeln. Und, besser laufen. Mach die Nudeln los. Mach die Nudeln los dem Weg. Das hat mich auch lange keiner mehr gesagt. Nein, 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 nein. Das ist dann auf der Herdplatte. Warum? 挺 weg von der Herdplatte. Okay, das muss ich glaube ich die am Dunsten. ja hier ist was fleisch mit nudeln warum man das zufällig hier habe ich gleich nur nudeln so sehr schön erst recht abgegeben da brennt was an das band an der fisch und an ok es kommt glaube ich gerade gar nichts jetzt habe ich hier fisch mit nudeln muss noch stimmt dazu das ist jetzt natürlich blöd jetzt kocht dann gar nichts auch gut jetzt mal ein paar nudeln haben so war nicht das hier die nur die ja nun fertig ist ja schön dann nur fertig ich habe nur in der hand da brennt was ich habe fisch und dafür schnudeln die brauchen wir nicht gleich schnudeln durch fleisch das ist egal das schnudeln der schrimps der schrimps nudeln fisch das bauer bestimmt irgendwo für bekommen da brennt was 88 dann kommt das ein noch abgeben das ein noch abgeben machen wir mal den herz runter 146 immerhin brennt ich habe gerade das fleisch abgegeben einfach nur was ist denn mit mir okay hier gibt nichts mehr ich habe schon 146 das war's und wir haben konzert wirklich halbwegs konstruiert gearbeitet das sind wirklich mehr ist nicht mehr drin bei mir ja braucht wollte ja nicht mitspielen also ich glaube zusammenfassend könnte man sagen wir haben schwach angefangen und dann stark nachgelassen die nudeln mit tomatensauce haben wir gut gemacht okay wollen wir zum abschluss noch mal kevin machen wir können einmal noch kevin versuchen er muss noch mal kevin waren aber ich sag's wie es ist sobald wir hier raus sind werde ich das spiel nehmen und von deiner festplatte entfernen nie wieder installieren senior player ist glaube ich nicht so eine gute idee oder ich muss mich jetzt spielen ich glaube dann spielt man mit dem kommen das ist keine gute idee sie war das hier noch mal was muss man hier machen und genüssen für stünsten günstiger fisch ok mail brauche ich wie viel mail rüber viel mail ich kann kein fisch dünsten ach das muss erstmal geschnitten werden so hier ein wurf zack wurf wurf mir der fisch muss geschnitten werden noch ein fisch zum dünsten sehr gut dünsten 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 und schüttel wieder zurück der fisch ist fertig da komm da komm dabei ok einsam abgegeben ja ich hab wieder was zum dünsten hingestellt die suppe teller weg ich muss erst mal die ich muss erst mal die tante die dinge zurück stellen muss ich bei mir den günstgeräte erst mal abstellen dass das ding ist fertig ist fertig ist auch fertig sehr schön gedünstet das kann weg das kann glaube ich auch weg sehr schön das muss gedünstet werden du musst doch noch Fisch dünsten hier gerade bin ich am Suppe dünsten äh hier äh cool danke ich hab keinen teller mehr ja du hast dreckige teller oben gib sie mir rüber äh ein echt überfordert hier dreckige teller rüber ich muss für schneiden vielleicht kann ich nicht dünsten weil die Pfannen voll sind ich kann offiziell nichts mehr tun ich weiß ich muss die teller erst mal sauber machen ich kann nichts mehr tun Teller Teller so zack 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 Suppe zack ich brauch einmal Mehl Fisch den Fisch den Fisch den Fisch den Fisch den Fisch zock und Mehl für Modi j Media innerhalb � накholt und noch mal mehr für modi das ist fertig das bruchte lang sehr schön verdammt es könnte sein dass wir jetzt schaffen nicht wenn du mit der einstellung angehst einfach konzentrieren nicht auf punkte gucken sondern nur darauf gut zu arbeiten an die punkte sind gut gerade egal ich brauche einen teller ich habe keinen teller mehr die kriegen aber nicht mehr ich kann auch versuchen einen sauber zu machen aber 539 ich glaube das war's na komm gib mir einen teller her verdammt 539 ist doch ja zumindest einen stern wert 820 wäre am besten gewesen ja dann kommt freigeschaltet immerhin noch ein erfolg zum schluss kann man dann müssen wir nicht ganz entstäuscht hier aus dem spiel rausgehen ich werde so was von den installieren wir sind bis zu 22 gekommen oder schauen wir noch zu 22 die erste welt haben wir noch geschafft das ist doch ein erfolg immerhin immerhin und das erste wenn wir zwei wochen 0 bolognese und ich fasse mal zusammen 0 bolognese und salate können wir ganz gut ich glaube das ist unser leben auch gut zu sein ja als andere ja na dann sag ich mal wenn ich das später auf youtube hochladet und mich noch umsatzig gefallen haben wir lassen aber da wenn ihr seid ja haut da rein ciao ja